gefallen wegen der aktion habe ich aber drei 20 euro gespart hier hat mich das schon mal 13 gekostet läuft aber nicht was läuft nicht ja ja 20 euro gespart genau siehst du 13 und jetzt habe ich am lkw ja auch noch mal ein prozent schaden dadurch gekriegt und die rechnung ging nicht ganz auf nicht so wirklich